Warrior Okay, ich bin drin Weiter nach rechts Wir wissen genau, warum wir hier sind Ich begrüße euch heute zu einem sehr traurigen Thema, das trotz fächsender Gamer nach echt schaurigem Schema verläuft. Denn es läuft sich da und dort der Verdacht, dass das Wort überwacht sehr große Bedeutung bekam. Fast übernahm. Und ich nahm sofort vor Ort meine Recherchen auf. Statt dass ich schwerste sauf, bin ich zum Besten drauf. Schöne Pulver in den Lauf der Knarre des Gesetzes. Mein Mund geht auf und ich weiß in dem Moment, ich verletze es. Denn gesknt wurden meine Worte nicht, die ich spreche. Da ich durch klare Fakten bestech, mich nicht hinter abstrakten Versteck. Politiker nicht durchdachtlichen Deck. Darum behaupte ich, keck, es ist alles nur Mittel zum Zweck. Wenn ich Sex raus schmalk, hier von dieser Lausch am Griff. Wer den Strich durch die Rechnung macht, das brauch ich nicht. Die Regierung glaubt, das bringt's bis hin zu Fingerprints. Hey Mann, uns stinkt's. Hey Mann, uns stinkt's. Alles vernetzt, sollten wir nicht damit rechnen, dass auf uns keiner angesetzt ist. Da lässt sie nicht bestechen und schon gar nichts von uns kommen. Doch wenn du denkst, du landest im Geheimgrat in Überglue, wenn du denkst, dass ich grad denk und keiner weiß, was ich grad tue, mit verdachsloser Beschattung denkt, ihr lasst euch in Ruhe. Denkst du, Big Brother's watching you. Bei totaler Betrachtung dieser brutalen Verachtung, von Menschenrechten namens globaler Überwachung, muss man jetzt schon damit rechnen, dass mal geistige Unmachtung ihren Einzug hält. Denn wenn der Vorhang fällt, stellt sich sehr schnell heraus, dass fast jedes Haus auf dieser Welt überwacht werden könnte, wenn's der Machtgrad gefällt. Der Krieg ist ganz fake, ist, hat sich das Kleine draus gestellt. Wenn die Skepsis weg ist, räumt so mancher Held das Feld. Und nicht nur der Amerikaner, bedienen sich der Trojaner. Die Polizei ist präsenter, denn hier ist nicht planbar. Es scheint der Versuch, die Beschreibung in George Orwells Buch abzuwenden. Wir halten's leider nicht in Händen. Ich frag mich, wie kriegen wir denn Satelliten, was euch Peter wieder klingen? Wenn wir alle an einem Strang ziehen, werden wir das schon wieder gemeinsam in Gang kriegen. Im Rahmen des Gesetzes darf man selbiges brechen, und es trubelt so fest, ist der Staat, und wir brechen wie von den Normen abweichenden Reformen. Bevor nicht alles vernetzt ist, sollten wir nicht damit rechnen, dass auf uns keiner angesetzt ist, er lässt sich nicht bestechen und schon gar nicht von uns formen. Und wenn du denkst, du landest im Geheimgrat in Überglue, denkst du, Big Butters Watch You. Wenn du denkst, dass ich grad denk, und keiner weiß, was ich grad do, Big Butters Watch You. Mit vernachloser Beschattung denkt, ihr lässt euch in Ruhe, denkst du, Big Butters Watch You. So, Schlau, jetzt machen wir das nächste. Ja, Innenministerium. Ja, klar, Wander. Passt. Ja, klar.